POV, du bist Mama und dir fliegt ein Ei aus dem Kühlschrank. Genau, und das wischen wir dann einfach mit dem Lappen weg. Nee, niemals. An und Scherz. Du bist hier auf meinem Hühlerprofil und natürlich nehme ich meinen Hühler und sauge das Ei weg. Samt Schale, Eigelb, Eiweiß, egal. Alles wird einfach eingesaugt und zack, weg ist es. Gar kein Problem. Ich habe hier einfach meine Gummilippe aus dem Numus-Set genommen, aus dem Nassreinigungssystem und das Ganze einfach abgesaugt. Schön abgezogen auf der glatten Fläche und da war das Ei ganz, ganz schnell vergessen. Hinterher ist ganz wichtig, die Schlauchreinigung durchzuführen und so hat man immer einen Allrounder im Haushalt. Aber jetzt haben wir die Schlauchreinigungssysteme und der Gy�로w its Rigottk branding. ?